Hast du... Susi! Hast du... Kommst du zurück! Was soll denn das Bus? Händen sie einfach davon! Was ist denn Indie gefahren? Ich weiß, wo die hinrennen. So füllt die Apotheke von Dr. Noyer. Die feiern zehnjähriges Jubiläum. Da hat nichts für hinterher. Da krieg ich auch was gegen meine Knieschmerzen. Dr. Noyer, die Apotheke für Mensch und Tier an der Schauplatzgasse in Bern.